Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch, heute ist der 11.08.2021, es ist 8.15 Uhr und ich bin heute mit einem richtigen Schädel aufgewacht. Ich war heute irgendwann um 5 Uhr schon wach, weil die Kopfschmerzen mich wach gemacht haben, habe mir eine Tablette reingeschmissen. Dann ging es einigermaßen und als ich dann um halb sieben aus dem Bett bin, merkte ich, es ist immer noch da. Aber jede schnelle Bewegung mit dem Kopf, jeder Druck, zum Beispiel wenn ich auf dem Klo sitze, führt zu Schmerz und ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt heute. Wie gesagt, noch eine Tablette will ich jetzt eigentlich nicht reinschmeißen, ich habe mir Kaffee gemacht. Koffein hilft eigentlich immer ganz gut. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt, ob die Wolken zu tief hängen oder ich kann es euch nicht sagen. Oder ob jetzt demnächst wieder scheiße warm wird und ich deswegen so reagiere. Aber angenehm ist es nicht. Heute ist eigentlich Disco Elysium geplant. Ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen, dass ich dann auch zu Disco Elysium entsprechend fit bin oder mich gut fühle, um zu streamen. Wir gucken mal. Ich hoffe, das geht irgendwie vorbei. Wenn ich mich nicht bewege und nicht mich rühre, geht's. Aber wie gesagt, den leichten Druck habe ich immer noch auf dem Schädel. Ja, Migräne ist es zum Glück nicht, sonst könnte ich gar nicht reden. So fies wie das klingt, aber ist halt so. Und ich hoffe, das ist eine Tagespflege, eine Eintagespflege und morgen ist das wieder weg. Ja, ansonsten, was gibt es zu erzählen? Gestern war Dienstag. Gestern konnte ich eigentlich relativ gut einschlafen, nicht wie von Montag zu Dienstag. Da war ja die Nacht etwas aufregend. Ja, haben wir gestern was gemacht, ein bisschen was gearbeitet, gespielt. Äh, Tribes of Midgard, eine Minute oder zwei Minuten lang gespielt, dann wurden wir zerlegt und dann war meine Lust komplett weg. Äh, Lost haben wir gestern geguckt. Äh, mh, was war noch? Ich glaube, das war es. Ich habe ein neues Spiel ausprobiert. Äh, Banners of, was weiß ich, mit so Mäusen und Bären. So ein Kartenspiel, wie es viele andere gibt, wo man sich so durch Dungeons crawlt. Äh, grafisch sehr schön. Äh, habe ich halbe, dreifel Stunde gespielt und dann bin ich irgendwann ins Bett. Ja, äh, heute stehen ein paar Termine an. Ich glaube, sechs Stück. Und, äh, dann mal gucken, wie der Tag so wird. Äh, ich muss auch irgendwie noch, äh, für Sarah lostingeln, ein paar Sachen organisieren. Äh, das werde ich aber wahrscheinlich dann morgen machen. Äh, ist ordentlich was an Geld zusammengekommen von den Kolleginnen und, äh, ja, da können wir schön Blumen kaufen und noch die ein oder andere Kleinigkeit dazu. Ja, ansonsten, äh, gucken wir mal. Heute ist Wochenmitte, zwei Tage noch, dann ist schon wieder Wochenende. Am Wochenende steht nichts großartig an bei mir. Äh, wie gesagt, Freitag bin ich im Büro, da treffe ich mich mit Sarah, helfe ich ihr ein bisschen, quatsche ich ein bisschen mit ihr. Ja, und dann werden wir nämlich mal auch was zum Mittagessen gehen. Ich glaube, der Michael ist auch da. Und dann gucken wir mal. Das wird gut. Das wird schön. Na gut. Dann habt alle eine angenehme Wochenmitte. Ich werde heute nicht so ausführlich quatschen, wie ihr sagt, äh, ich muss, äh, den Kopf irgendwie schulen. Und dazu muss ich möglichst wenig denken. Äh, solange ich noch lachen kann, ist alles gut. Lachen tut noch nicht weh, das ist schon mal schön. Also, bis dann. Kommt gut durch den Tag. Und vielleicht bis 16 Uhr, falls ich nicht auftauchen sollte, schreibe ich vorher noch was im Discord. Äh, wenn der Kopf weiterhin so ist wie jetzt, dann bringt das heute nichts. Aber es sind ja noch ein paar Stunden. Also, bis dann. Einen schönen Tag noch. Tschüss.